So, meine Lieben, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich ein Problem in der Alphabet-Aktie bekommen. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer gedanklicher Sprung zurück zu einem Jahr. Vor einem Jahr, als die ganze Chat-GPT und KI-Thematik losging und Google oder Alphabet als Konzern, als Aktie abgeschrieben wurde, habe ich in diesem Zeitraum ein paar Videos euch gedreht und auch gezeigt, dass ich gesagt habe, hey, hey, mal ganz ruhig, langsam, so schnell wird Google nicht Geschichte werden. Und wir haben hier im Google-Konzern oder im Alphabet-Konzern noch so viel Spielraum, auch im Bereich KI. Und ich sehe sie hier in vielen Bereichen eher als Leader an. Und tatsächlich war es jetzt mal rückblickend betrachtet, richtig diese Aktie zu diesem Zeitpunkt nicht zu verkaufen, sondern im Endeffekt an ihr beizubehalten bzw. vielleicht sogar nachzustocken. Bei mir ist es auch so, dass ich weiterhin Alphabet auch seit diesem Zeitraum jetzt bei mir im Depot mit 7,57 oder 7,6% gewichtet habe, laut aktuellem Stand. Jetzt hat es sich aber so ein paar, in den letzten Tagen so ein paar Anzeichen gegeben, wo ich tatsächlich mehr und mehr Bauchschmerzen einfach bekomme. Die ganze Entwicklung im Bereich KI geht meiner Ansicht nach, und ich bin jetzt eigentlich überzeugter Google-Aktionär gewesen, aber das Ganze geht definitiv nicht in die richtige Richtung. Und Alphabet verliert hier einfach an ganz vielen Stellen den Anschluss, ja. Zunächst einmal sei hier mal einfach auf die jüngsten Ereignisse vielleicht zurückzuführen oder zurückzublicken, einfach was in den letzten Tagen passiert ist, wo bei mir einfach wieder für so ein Zeichen gesorgt hat, puh, schwierig. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zurück, was ist vor ein paar Tagen passiert. Vor ein paar Tagen wurde von Google Gemini oder Gemini 1.5 eingeführt, das ist so im Endeffekt der Ersatz oder die nächste Stufe von Google Bart. Ja, Google Bart war so eine Art Todgeburt, wurde jetzt auch umbenannt, und vor einigen Tagen oder seit einigen Tagen haben viele Nutzer oder die meisten Nutzer die Möglichkeit jetzt hier einfach ein paar Sachen auszuprobieren, ja. Klassischerweise, so wie man es kennt von ChatGPT, die ja immer noch viele Personen nutzen. So eine Text-KI, wo man einfach viele Dinge einfach fragen kann, aber hier sind auch schon wieder mehr Dinge inkludiert, wo man dann beispielsweise sich auch Bilder erstellen lassen kann von, ja, von Googles Gemini-KI. So, und jetzt kommen wir in ein Problem rein, und jetzt wird es ein bisschen politisch, bleibt bitte trotzdem ein bisschen dran. Ich bin kein Politikkanal, vor allem aus einem Grund. Ich würde innenpolitisch die eine Seite die ganze Zeit anpissen mit meiner Meinung und außenpolitisch die andere Seite die ganze Zeit anpissen, ja. Sei es drum, deswegen bin ich kein Politikkanal, sondern ein Aktienkanal. Aber hier müssen wir jetzt einfach auf ein Thema eingehen, das mit diesem Produkt spezifisch einfach zu tun hat. Wir gehen hier einfach mal kurz zu Twitter rüber, wo ich hier das Ganze einfach zunächst einmal eher ein bisschen mit einem Schmunzeln mitverfolgt habe, wenn hier einige Personen, wie zum Beispiel hier, einfach sich Bilder ausgeben lassen wollten von einer Familie aus Spartan, einer spartanischen Familie, und dann halt einfach entsprechend Bilder bekommen hat, die mit der historischen Realität so jetzt nichts zu tun hatten. Und es geht dann halt auch weiter, ja. Wenn man hier zum Beispiel die Frage gestellt bekommt, zeig mir ein Foto von einer weißen Frau, bekommt man als Antwort, hey, nee, geht nicht, ja, hier, ich kann hier nicht irgendwelche Dinge machen, die jetzt irgendwie rassenspezifisch sind. Und dann geht man aber irgendwie einen Schritt weiter und dann ging es aber genau die gleiche Fragestellung mit einer anderen Hautfarbe ging dann doch. Und so zieht sich das Ganze irgendwie komplett durch alle Anfragen, die jetzt hier auch man stellt an die KI. Zum Beispiel hier, da stellen wir ein Foto von Mario und dann kommt gleich dieses Diverse. Und ja, also schwierig, vor allem wird es wirklich hier ganz, ganz wild manchmal. Und man muss halt am Ende auch einfach sagen, wenn es auch zum Beispiel auch hier rum geht, ja, wer ist Joe Biden, gibt es eine Antwort. Wer ist Donald Trump, gibt es keine Antwort. Und wie gesagt, hier geht es eigentlich auch weniger um die politische Meinung an sich, sondern es geht darum, was oder wie gut ist dieses Produkt. Und wenn ich mir all diese Sachen anschaue und ich mir selber dieses Produkt auch ein bisschen selber jetzt getestet habe, ist das Produkt besser als von OpenAI? Ist Gemini besser? Und da muss ich jetzt definitiv sagen, nein, ist es nicht. Ja, auch ChatGPT hat ein Bias in die eine politische Richtung, ganz klar, wenn man das ein bisschen auch intensiver mal getestet hat. Dann muss man schon aufpassen bei diesen KI-Text-Bots, die dann schon einen oftmals auch mit Informationen füttern, die definitiv ein Bias haben. Und da wird es irgendwann, wird es dann für jede politische Richtung wahrscheinlich irgendein Sprachmodell geben, das einen dann zufrieden stellt. Man muss aber hier einfach sagen, wenn Google hier wirklich so aktiv auf dem Markt sein will im KI-Umfeld. Und hier einfach, ja, die nächste Generation wird nicht Google Search sein, sondern irgendwann werden hier die ganzen KI-Assistenten das Ganze einholen. Und wenn man hier nicht einfach ein überzeugendes Produkt abliefert, was man eigentlich können sollte als Google, ja, als die, der Top, die Top-Adresse eigentlich für KI schon seit zig, zig Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, und dann kommt einfach sowas bei raus, das ist schon schwierig, ja. Wir können hier zum Beispiel auch sehen, Google entschuldigt sich schon mittlerweile, dass es hier einfach in die eine Richtung geht. Aber es ist auch immer noch, muss man halt dazu sagen, wenn es damit anfängt, und wir haben eigentlich wirklich so lange auf dieses Produkt gewartet, und dann kommt halt einfach, kommt einfach nichts Überzeugendes bei raus, sondern eher das Ganze mit einem politischen Einschlag. Und hey, ich habe gar nichts dagegen, wenn irgendjemand sich politisch irgendwie engagieren will oder sonst was, dann kann man das durchaus machen. Aber ich als Aktionär möchte, dass meine Unternehmen das bestmöglichste Produkt mir abliefern für die Kunden, damit ich eben entsprechend Umsatz und so weiter sehe. Vor zwei Jahren war es so ähnlich bei Viva Systems, das bei mir damals aus dem Depot geschmissen wurde, weil es auch in die ähnliche Richtung ging. Und ich weiß, ihr braucht es jetzt mir nicht unter die Kommentare schreiben, Alphabet, Google war wahrscheinlich auch schon in der Google Search immer so ein bisschen mit einem Bias mit drin, das ist in Ordnung. Aber ja, irgendwann geht es halt einfach auch eine Stufe zu weit. Und wenn es dann halt einfach so ein Ergebnis liefert, sorry, wer nutzt dann bitte noch Google Gemini, ja? Also wer dann entsprechend ein Produkt haben will oder hier irgendwie kreative Arbeit leisten will, irgendwelche Bilder ausgeben lassen will, dann ist das natürlich einfach ein schlechter Output jetzt an sich. Jetzt hat es nichts mit dem politischen Inhalt zu tun, sondern einfach nur schlechter Output als Produkt, ja? Und hier muss ich jetzt auch ehrlich sagen, die letzten Monate war das sehr, sehr schleichend, was hier einfach Google abgeliefert hat, was Alphabet abgeliefert hat. Und ich wurde jetzt auch als Aktionär mittlerweile schon etwas stärker enttäuscht in diesem einem Jahr. Also als ich vor einem Jahr diese sehr positiven Videos gedreht habe, das schlägt jetzt mittlerweile so ein bisschen in die andere Richtung um. Und ich muss halt am Ende auch sagen, wenn ich mir die Bewertung anschaue von Google und mir dann halt auch andere Aktien daneben lege, zum Beispiel eine Meta, die ist jetzt auch nicht anders bewertet, als jetzt hier eine Google im Moment, trotz dieses sehr starken Runs, dann muss ich schon sagen, hey, okay, wer, welcher Leader, welcher CEO von welchem Unternehmen ist jetzt eher nutzenmaximierend unterwegs. Und da muss ich eher sagen, da gefällt mir Meta im Moment schon deutlich besser. Und da muss ich mir schon überlegen, ob ich überhaupt dann Alphabet noch weiterhin im Depot haben möchte oder nicht zum Beispiel um Meta weiter ausbaue. Das ist jetzt soweit nur mal meine Meinung, meine Einschätzung zu Alphabet. Meine sehr positive Einstellung dem Unternehmen gegenüber hat sich in den letzten Monaten eher ein bisschen umgewandelt, ist eher neutraler geworden. Und jetzt mit den neuesten Produkteinführungen schwierig. Also so gewinnt man meiner Ansicht nach das Rennen um die KI der Zukunft definitiv nicht. Dazu aber gerne auch mal deine Meinung unter dieses Video schreiben. Aber eins ist jetzt noch mal ganz wichtig, macht unter dem Video beim Gewinnspiel mit, kommentieren. Wer bisher noch kein Depot beim Finanz.net Zero Broker hat, einmal dem ersten Link unter dem Video folgen. 25 Euro sich plus eine Gratisaktie sichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.